Guten Morgen. Ich habe wohl unbewusst darüber nachgedacht. Jedenfalls ist mir eingefallen, doch noch ein Video darüber zu machen. Und zwar über den Hass. Was ist denn das für ein Hass? Ich sage, der Hass resultiert nur aus der Angst. Wie ich darauf komme, ich lese dann gleich nochmal ein kleines Stückchen aus dem Buch vor. Wie ich darauf komme, ist eigentlich ganz einfach. Aber gehen wir mal ganz kurz zurück in die Geschichte. Und dann sagte, Galileo Galilei, sollte seine Thesen widerrufen, wurde von der Inquisition gezwungen. Als ich das Bild einfügte, hatte ich noch was von dem Video da. Und zwar von dem Video, wo ich über diese Eiswürfel, die eben einsinken und dann im Wasserstand nicht erhöhen, egal in welchem Wasser, ob Salzwasser oder Süßwasser, komplett. Und ja, da kam auch dieser Hass heraus. Aber warum hat die Kirche Galilei gehasst? Naja, ganz einfach. Die Kirche hatte Angst vor Verlust ihres Ansehens. Und wenn denen, den Kirchenleuten, keiner mehr zuhörte, demzufolge auch Angst vor Machtverlust. Eigentlich ganz einfach. Der Staat, hier, als ich in dem Video die IQ-Falle schnapp zu nochmal drauf eingegangen bin. Der Staat, der ausgeuferte Sozialstaat, fördert Unterdurchschnitt und Mittelmaß. Also Unterdurchschnitt, das sehen wir in der Regierung. Und Mittelmaß, bestenfalls. Wenn er eines Tages nicht mehr finanziert werden kann, lassen sich die hungrigen und wohl auch etwas verwöhnten Massen nicht mehr still bzw. in Schach halten. Ja, das sagte Dr. Dr. Weiß. Nicht jetzt in der IQ-Falle, sondern in einer Buchbesprechung. So, aber mal ganz kurz aus eigenem Erleben und letzten Endes aus eigenen Erkenntnissen. Lehnt euch zurück, ich lese es vor, dauert nicht lang. Der Wunsch nach Gewinn und die Angst vor Verlust. Ein weiterer Satz Frank Bedgers, das war ein sehr berühmter, muss ich mal kurz anmerken, ein sehr berühmter Verkäufer in den USA in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also ein weiterer Satz Frank Bedgers fällt mir ein, sinngemäß. Menschen tun oder unterlassen etwas nur aus diesen zwei Gründen. Der Wunsch nach Gewinn oder die Angst vor Verlust. So einfach ist es. Und heute werden diese Triebfedern mit allerlei Fachbegriffen umschrieben, wie beispielsweise intrinsische Motivation. Man kann alles komplizierter machen, als es ist. Auch dieser Satz Frank Bedgers hat es in sich, denn wenn wir ihn auf das Ansehen beziehen, erklärt der Satz einfach alles. Nehmen wir uns Schmeicheleien als Beispiel. Wenn uns jemand schmeichelt, empfinden wir das, wenn es nicht zu plump geschieht, als angenehm. Scheint es doch unser Ansehen im Auge des Schmeichelnden zu heben. Achtung! Eine alte Weisheit sagt, dass, wenn uns der Feind lobt, wir etwas falsch gemacht haben. Im umgekehrten Falle, also wenn uns der Feind beschimpft, können wir uns sicher sein, dem Feinde gegenüber alles richtig gemacht zu haben. Auf Schmeicheleien angewandt bedeutet es, dass Schmeichler nichts Gutes im Schilde führen. Aber das weiß man. Ja gut, ich lasse es jetzt mal bis dahin, aber wenn ich jetzt nochmal zurück an diese IQ-Falle oder an diesen Satz von Dr. Dr. Weiß denke, logisch. Wenn die, die derzeit am lautesten kakelen, weil sie endlich mal was sagen können, wo der Staat auch nicht meckert oder schimpft, wo sie nicht immer wieder auf ihren Platz zurückgewiesen werden, so ungefähr wie, Mensch halt, Maul, du bist, du bist so dumm dazu. Wenn sie endlich mal, endlich sich mal groß tun können, endlich mal angesehen werden und sei es auch nur von den anderen dumm. Und dann kommt man mit Kleinigkeiten, Kleinigkeiten wie fachlichen Dingen, reine fachliche, da hat er nicht gesagt, die Kirche ist doof. Oder ich habe da nicht gesagt, ihr seid alle bescheuert, sondern ich habe einfach bloß Fakten angeführt oder was auch immer. Und wie viele Leute führen Fakten an und sagen, Mensch, die Impfung hat jetzt schon mittlerweile so viele Nebenwirkungen. Aber das rüttelt an dem Selbstverständnis dieser Menschen, dieser, ich nehme jetzt mal stellvertretend hier diese Außenum-Galiläum, an dem Selbstverständnis insofern, dass die dann sagen, oh, verdammt nochmal, wenn das jetzt auch noch fachlich widerlegt und angehört wird, dann merken die anderen ja, dass wir geschwindelt haben oder dass wir zu blöde waren oder das, 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 das und so weiter. Gibt ja zig Gründe. Und sich dann noch zu wehren irgendwie ist ja fachlich nicht drin. Also muss man schimpfen und lügen sogar, alles verdrehen, in anderen Worte in den Mund legen, weil diese Leute, diese armen Menschen einfach nur noch Hass darauf empfinden. Denn sie haben die Angst, dass sie bald wieder nichts mehr sind. Ja, dass die aber gar nicht so weit erst da reinschlittern müssen, da sage ich immer nur, Bildung hilft. Hätten wir solche Leute, ich nehme den stellvertretend, das ist ein Schauspieler, nehmen wir solche Leute besser gebildet hätten, da hätten sie auch nicht so viel Angst. Gehe ich auch in dem Buch drauf ein, wir waren ja mal ein Land der Dichter und Denker, wir waren ja mal ein Land derer, die wirklich den gesunden Menschenverstand hatten. Die mussten nicht alle ein IQ von 130 haben, aber sie waren gebildet. Sie konnten was, wussten was, waren deswegen angesehen, weil sie nämlich etwas Positives für die Gesellschaft getan haben, weil sie dadurch angesehen waren, weil sie eben ihren Beitrag leisteten. Aber das ist ja heute anders, naja gut. Okay, also Bildung hilft und insofern, ich sage es wieder, für alle neuen Leute, macht was, bildet eure Enkel, denn die Kinder sind meistens schon etwas verdorben. Und bei den Enkeln haben wir vielleicht noch eine Chance, damit sich dieser Blödsinn nicht wiederholt. Also, einen schönen Tag, einfach drüber nachdenken und macht was, aber macht's gut. Bis dann, tschüss.